ja hallo hier ist wieder krillow ich heiße euch willkommen zurück zu oxygen not included zu krillow's code chaos und ja es geht endlich weiter ich freue mich dass ich ja die zeit gefunden habe dass es hier nach zwei tagen pause fühlte sich total komisch an post zu machen dass es kein video heute gibt und dann sogar noch am zweiten tag auch noch nachdem es ja monatelang jeden tag ein video gab aber ja manchmal passt es halt einfach nicht und so war es in diesem fall aber jetzt geht es weiter was mir gerade direkt zuerst aufgefallen ist nachdem ich nicht kurz umgeschaut hier steht ein bisschen wasser wie auch immer das dahin kommt vermutlich während dieser arbeiten hier ist das entstanden als wir das hier oben gebaut haben das lassen wir auf jeden fall erst mal aufwischen ja was liegt ansonsten an wir haben hier unsere rakete die wir gerne demnächst mal wieder starten wollen da fehlt aber noch ein bisschen dampf und dieser hier ist momentan auch nicht unbedingt heiß genug dass wir ihn nutzen können wir müssen wir also noch ein bisschen mehr aufheizen was allerdings ja auch hier zumindest mit dem wasserkühler in arbeit ist regolith könnten wir sicherlich auch verwenden indem wir einfach hier sagen aufräumen das passt noch von den einstellungen dann dürfte zumindest das was hier rein passt da reingepackt werden vielleicht bleiben aber für einen moment gerade mal hier drauf um zu schauen wo der rest hingetragen wird ich habe nämlich die befürchtung dass auch der irgendwo hingebracht wird so da kommt noch jemand okay ist das ja schon mal ein anfang hier ist noch warmes regolith das kann man ebenfalls da reinpacken und ja dann sehen wir mal dass hoffentlich die temperatur dann noch ein bisschen mehr durch ansteigt so wir kommen zurück zu unserer konstellation hier unten im zwangsläufig wird natürlich diese dampfturbine hier jetzt wärmer da gab es auch ein kommentar von kerstin dazu und ich habe überlegt in welchen kreislauf wir haben ja hier nun viele leiten viele leitung und ja meine frage war welchen nutzen wir dann um das ganze einzubinden dieses hier ist ein kühlkreislauf der die kolonie kühlte ist eher schlecht dieser hier läuft zu unbeständig der ist für den für unser kraftwerk sage ich einfach mal für die kühlung zuständig und dieser hier oben muss ich jetzt mal schauen das ist der für die sauerstoff produktion ok das ist ein kreislauf der natürlich tatsächlich naja aber so viel wasser wird da auch nicht durchgehen das einzige wo beständig viel wasser zurückkommt ist eigentlich dieser kreislauf hier da läuft es und läuft es und läuft es und läuft es und den würde ich wahrscheinlich hier unten rumlegen und genau das machen wir dann jetzt mal als ersten schritt ja das darf ruhig magmatik sein und wir dann hier machen wir es ruhig so hier runter und er geht dann auch hier wieder zurück um dann dort einzufließen das ist der erste teils ist jetzt gerade das problem also die dampftemperatur ist nicht hoch genug ja ok gut das wird auch hier gerade nicht permanent bedient jetzt gerade noch mal eben schauen durch diese sammelsurium anleitung jetzt durch zu blicken ist natürlich auch alles andere als einfach und ich habe eure kommentare natürlich gelesen dass das bestimmt lustig wird die zweite metall raffinerie einzubauen und ihr werdet es nicht glauben da freut ich mich auch schon drauf das wird bestimmt lustig ich setze die einfach mal dorthin ja dann schauen wir mal es wäre sicherlich gut gewesen diese wasserleitung von hier aus kommen zu lassen aber naja jetzt haben wir es so gemacht ja gut ein paar andere aber das probleme also wir natürlich noch die metall raffinerie einbauen und wir werden auch den kommentar von andré mai rose noch berücksichtigen aber das sind dann schon etwas größere umbauen größere umbaut ist auch übertrieben aber er hat ja noch eine sehr gute idee wenn das wenn unsere kühlflüssigkeit von hier zurückkommt dass wir sie bevor wir sie noch mal zur metall raffinerie leiten erst noch mal schauen ist die vielleicht immer noch warm genug um unseren bereich hier noch um da direkt noch mal durchzulaufen das ist natürlich noch viel effektiver und werden wir entsprechend auch noch umbauen ich habe mir allerdings noch keine gedanken dazu macht vielleicht schauen wir dass im laufe des videos noch das gemeinsam zu machen ich kann es aber nicht versprechen was wir jetzt erstmal brauchen wir haben ja mit unserer dampfrakete hier ein paar datadisks bekommen wo auch immer die jetzt verschwunden sind vermutlich aufgeräumt worden und dafür würde ich gerne observatorium bauen ich hatte erst überlegt ist hier zu bauen habe mich dann aber dafür entschieden dass hier zu machen und wir legen da ach mensch legen damit auch mal direkt wieder los ihren weiteren raum dafür und vermutlich dürfen wir hier dann gleich auch noch mal wieder aufwischen außerdem sind hier noch zwei türen die geöffnet werden müssen so die observation ob sie so kommt ja nach observationen planetarium gott würde ich mal wir bauen dann haben wir vielleicht sogar bei bedarf noch platz findet zweiter wohl ich nicht glaube dass wir die brauchen so und strom ich bin mir ziemlich sicher dass dieser hier schon überlastet ist aber wir hatten irgendwo da ist ein kreislauf der noch luft hatte dann nehmen wir doch den mal direkt schließen dass dort an außerdem ich erinnere mich auch da möbel das war durchaus noch an vielen stellen mehr dekor brauchen könnten hier passt nirgendwo also passt schon was sind aber keine statue an aber hier können wir ja noch könnten sogar hier eine statue reinsetzen aber warum eigentlich nicht wenn da mal jemand rein muss ja der raum ist noch aber pflaster wir mal viele wege mit statue und so hier passt auch nicht da müsste was passen ja ich glaube dann hier unten ist es noch viel dramatischer mit der stromleitung ich glaube es macht auch sinn hier den durchgang auf dauer mal zu verbieten dafür müssten wir unser paku becken umlagern aber wenn die hier unten ständig da entlang laufen wo die stromleitung ist das müssten wir alles eigentlich um ein feld nach oben verlagern weil hier durchzulaufen kratzt natürlich extrem an der moral das ist schon also ich hab's die ganze zeit auch langsam laufen lassen dann kann natürlich auch in der zwischenzeit nicht allzu viel passiert sein entschuldigt das bisschen wasser das hier steht liebe duplikanten aber das fällt da von oben runter da wo das dach schon gebaut ist lohnt sich auch sicherlich schön zu wischen jetzt noch ein finales mal und dann dürfte es das auch hier links ist auch noch was dürfte es das gewesen sein mit dem wischen strom kommt so was macht dann unsere temperatur hier oben 105 grad ich denke mal das sollte uns reichen und unsere rakete sollte dorthin fliegen wir sind jetzt gerade erst bei 4000 ok dann fehlt da ja noch ein bisschen was das was dann dampf drin wird auf jeden fall reichen unsere rakete aus reichen voll zu tanken so schauen wir mal eben wie viele die paar kilogramm jetzt gebracht haben naja gut ein bisschen was dann können wir uns mit ruhe erst noch mal eben diese sache hier anschauen ich habe vermutlich diese leitung mit mit siegen gebaut also nichts passiert gar nichts wahnsinn okay die bauen sicherlich erst wieder die sachen die direkt in der nähe sind aber gut ich denke was hier noch recht gut für unsere kühlung ist dass wir hier im eis biome sind da wird das noch nicht so schnell so dramatisch so eisenerz zu eisen und eisen zu stark so 308 grad und das sonst wir müssen sogar mehrfach durchlaufen lassen weil sonst kriegen wir irgendwann ein problem dampf kriegt hier schon eine gute temperatur das kühlt sich ja immer noch deutlich wieder ab aber irgendwann ja schon mal einfach mal geben wir dem ganzen noch mal ein wenig zeit sich zu entwickeln hier oben gebe ich dem ganzen mal ein bisschen weniger zeit indem wir das endlich anstoßen und für die forschung wir müssen auf jeden fall hier rechts hoch und was machen wir dann erst den frachtraum wir machen erst fest treibstoff verbrennung wir machen erst die anderen turbinen arten und im anschluss die frachträume vielleicht streuen wir zwischendurch mal ein frachtraum ein dass wir jetzt nicht ausschließen borschungsstation fehlen die wird gerade gebaut 400 kg kupfer die nehme ich immer gerne so 634 kilo das könnte doch so langsam für was reichen nehmen wir noch nicht aber dann ich stelle das mal auf ja so die menge ich habe jetzt immer noch nicht ausgerechnet wie viel wir wieder brauchen aber ich glaube das könnte ausreichen wenn wir hier immer so ein bisschen nachlaufen das muss ja gar nicht unglaublich viel sein könnte das ja reichen dass wir es trotzdem mal hits bekommen aber dann ausreichend viel dampf da haben das ist sicherlich keine dumme idee wo habe ich dann eigentlich das stahl gelagert ist das hier ist ja nicht weit weg und das hat auch keine hohe temperatur ich möchte jetzt einfach mal was ausprobieren dass wir hier aus stahl wieder einen automatischen räume bauen und wenn uns der wieder komplett überhitzt ist dann reißen wir den ab und bauen ihn wieder neu auf also lassen das material wegtragen das kühlt sich hoffentlich wieder schnell ab und dann bauen wir einen neuen das ding ist voll dann brauchen wir ja nicht mehr dampf noch erstellen schauen ob es reicht ja es reicht ja dann ach ja da war ja was wir müssen hier oben öffnen ach so das dauert jetzt wieder ewigkeiten weil wir da kein strom dran haben da würde ich ganz gerne unterstützen indem wir das ganze ein bisschen beschleunigt wahrscheinlich wird das geöffnet sein bevor die die klappen komplett oder die bunkertür komplett geöffnet sind der ganze mist fällt herunter dass wir den auch noch wieder freigraben müssen aber dann können wir endlich wieder starten wenn man noch einmal sieht so wie die 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 sachen die darunter kurzen so dann gab es eigentlich noch eine sehr gute idee von kerstin die machen wir allerdings erst gleich nachdem wir uns hier aufgeräumt haben weil wir müssen diese ziegel hier mit gitterziegeln ersetzen das machen wir mal hier zerlegen wir einen teil der leitern das wird noch nicht reichen das muss auch weg wobei wir so natürlich gar nicht rankommen wir müssen das nach und nach machen war ich zu langsam um hier einfach das habe ich jetzt gar nicht gesagt um hier noch ein weiteres solarmodul zwischenzubauen das ist ja quatsch was ich hier gemacht habe den platz zu verschwenden kann man einfach noch ein wenig mehr strom erzeugen so ist dass unsere rakete ist startklar dann will ich das auch noch schnell erledigen los geht's bevor der nächste meteoritensturm kommt darauf geht's wir schließen es ist nacht deswegen kommt wieder niemand ich wundere mich schon also ist schon geschlossen jetzt okay das war knapp mit dem meteoritensturm hier diese sache hier können wir natürlich demnächst auch noch mal ändern das ist mir jetzt gerade aufgefallen wir haben hier oben ja immer tonnenweise heißt es reguli drum liegen dass wir wunderbar einfach diese transportkette verlängern und das dann von oben aus nehmen dann können wir uns diesen ganzen raum hier schenken um der hier jetzt aber gerade nicht arbeiten ach so weil hier steht nur beim aufräumen jetzt arbeitet er und dann wird es nämlich auch gleich überhitzen kommen jetzt wieder sicherlich bei zuschauen naja jetzt habe ich wieder den moment verpasst aber das gute ist diese kommen wir jetzt beide gleichzeitig weil da kommt man von hier aus ran wir müssen auch beide weg dann da wir einen zweiten weg haben wollten auch mensch den anderen hat es auch noch zerlegen können dann können wir hier noch einen solarmodul mehr dazu bauen das hier mit den gitterziegeln hat funktioniert ich bin begeistert ja schön unsere leitung wird jetzt auch endlich gebaut also langsam darf da auch was passieren radiator bauen wir hier aus eisen ich würde es hier auch direkt gleich für unsere zweite irgendwann kommende dampfturbine mitbauen ja so wie können wir das thema hier angehen wir werden es jetzt zeitlich nicht in diesem video schaffen das zu machen wenn wir im nächsten das problemchen angehen wir müssen hier ja sowieso auch noch den auslauf aufbauen für die die andere dampfturbine ja eigentlich ist es simpel wenn wir diese leitung dort im baum dass sie von hier aus daran geht wir müssen das hier noch hier müssten hier irgendwo eine brücke oder wir bauen einfach das wäre ja noch einfacher wir bauen hier in den zweiten temperatur sensor mit nütz mit einem zweiten flüssigkeitsventil das ist dann entweder noch mal in diesem kreislauf hier lässt in diesem macht ja dann mehr sind dass es hier direkt rein geht oder alternativ in den tank ist ja ganz einfach eigentlich aber zeitlich wage ich mich da jetzt trotzdem nicht so und nummer zwei ja auch die machen wir im nächsten video habe ich jetzt auch gerade den kopf gar nicht wir haben hier mittlerweile überall wasser das ist eigentlich auch nicht gut weil wenn wir das hier aufreißen obwohl nicht das hier wird verdampfen sondern der dampf wird wieder zu wasser werden das leitung bauen das leitung bauen dort ist tatsächlich sehr langsam dafür sind die ganzen statuen alle schon fertig naja manchen stellen ist das nur das sieht man hier daran kann man auch erkennen wie schlecht dieser dekor ist das ist hier trotz der drei statuen die alle drei reichweite sind minus 162,5 dekor ist das schlechter als eine katastrophe mensch 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 entschuldigung so läuft denn unser planetarium die ganzen datenbanken sind dort priorität 7 ach so wir haben glaube ich ein oder nicht wir sondern ich ein denkfehler weil unsere chefforscherin kerstin ist gerade mit der rakete unterwegs das müssten wir dann beim nächsten mal entschuldigung tauschen und ich packe hier mal mit elvis und a night creature ist der zweite gute forscher packen wir mal nur elvis damit rein der dann ein bisschen wahrscheinlich wenn es hier die forschung gemacht nicht auch nicht wo haben wir denn elvis jetzt ist erstmal pause angesagt ok ja aber so lang kann ja unsere rakete schon 71 prozent da kommt kerstin ja gleich schon wieder dann kann die forschen und dann geht es da auch weiter wobei ist natürlich auch durchaus wichtig wäre dass wir erst an die frachträume kommen damit wir unsere materialien von anderen planeten mitbringen können das muster wir können wir schon mal hier in auftrag geben kommt dann von hier oben irgendwie von hier förder schienen beladen wir haben noch kein besseres material aber da ich nicht jetzt dauerhaft noch mehr material verschwenden würde ich zerlegt die beiden dinge mal wir haben ja hier eine alternativ lösung wenn man da oben wird es dann genauso überhitzen das ist mir schon bewusst aber naja da um 143,5 grad mancher kommt ja langsam bewegung rein und das trotzdem trotz über 20 kilogramm hier dieses diesen regler beziehungsweise haben wir dann auch ein ventil vorgebaut hätten können wir jetzt ja auch eine automation anpacken mit einem mit einem atmosensor der eben hier den drucken ist und bei meinem weg unter 25 kilogramm oder viel auch immer wasser dazu lässt dass wir mittlerweile sicherlich eine option aber hier sind wir bald soweit aber ich möchte das hier noch nicht verbinden bevor ich würde das gerne noch in diesem video fertig haben bevor wir hier die verbindung geschafft haben allerdings ist die halbe stunde auch voll wir schauen mal was wir in diesem zyklus noch noch fertig bekommen was wird nicht viel sein das ist nach wie vor faszinierend hier also wie viel strom wir daraus gewinnen denke weil die 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 radiator leitung viel durchleiten würden könnten wir vielleicht jetzt schon zwei dampfturbinen damit betreiben wahnsinn so jetzt war das ganze schneller als ich das rohr müssen wir einmal zerlegen das verbinden und dann hier gleich alles schläft wollte ich sagen irgendwo hier wird es dann gleich stehen bleiben weil das element da noch nicht verbunden ist es passiert aber jetzt da ist noch mal lecker gefrühstückt dann gehen wir alle noch mal auf toilette da kommt jemand angerannt an er wird hier das geht um andere aufgaben da ist unser retterin vielen dank wer kommt zum bonnet auch gemacht so wunderbar und jetzt wird ja alles traumhaft gekühlt da kann uns also jetzt nichts mehr passieren würde ich denken das wasser ja es wird ein bisschen wärmer aber dann kann wenigstens unser wasserkühler hier auch mal wieder was tun natürlich eine ganze zeit lang durchaus ausgeruht das ist nicht mal zehn grad also ein träumchen gut ja also wie gesagt im nächsten video wenn wir die umbauaufnahmen umbauarbeiten dann machen dann wird auch nicht sogar jetzt schon geforscht wer da drin sitzt nach elvis da unten steht es ja der hat glaube ich auch spaß dabei deutlich an sie hätte ich aber auch brauchte datenbanken punkt 1 einheiten ok ja schön also das geht an wir werden da die nächsten sachen freischalten wir werden der frachtrakete bauen können und 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 also es gibt ganz viel zu entdecken ich will mich freuen wenn ihr wieder einschaltet macht so gut bis bald euer grillo